Und wir sind live, liebe Freundinnen und Freunde der Uhrenunterhaltung. Ich bin Severin vom Jubiläer Alther, herzlich willkommen zur Alther Sprechstunde. Wie jeden zweiten Mittwoch finden wir uns heute hier zusammen, um gemeinsam über das schönste Hobby der Welt zu sprechen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich sehe schon, es sind wieder 50 Leute in der Chatbox. Unzählige Kommentare hier schon wieder. Und ja, ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und wie immer zu Beginn bitte einmal kurz Bildcheck und Soundcheck, ob alles okay ist. Ich weiß, die Bildqualität ist nicht die aller, allerbeste. Ihr erkennt sie am Hintergrund. Ich bin wieder zurück in meiner Studienstadt. Und deswegen ist das Equipment jetzt auch nicht das Alleroptimalste. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte euch diesen Stream nicht vorenthalten. Ich will ihn mir selber nicht vorenthalten, denn das ist wirklich was, worauf ich mich die ganze Zeit schon freue. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns heute einen guten Abend, Leute. Geht's euch gut? Lasst mal was hören. Ja, wie seid ihr die letzten zwei Wochen ohne Altersprechstunde klargekommen? Ich hoffe, ihr habt es alle überlebt. Heute haben wir ein paar spannende Sachen, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Und deswegen wird das Ganze heute einen etwas anderen Twist bekommen. Und zwar ist es folgendermaßen, die L4MH Watch Week hat ja stattgefunden. Und wie immer, wenn es massenhaft Releases auf einem Haufen gibt, ist es natürlich für mich oder generell Leute, die journalistische Arbeit leisten, zu dem Thema unfassbar schwierig, wenn man das Ganze dann komprimiert mitbringen und bündeln möchte. Deswegen habe ich den Sekundenstopp für diejenigen, die es gelesen haben, auch ein klein bisschen kompakter gestaltet. Es gibt keine klassische Titelstory, sondern es gibt viele kleinere Storys, die sich quasi aneinanderreihen. Und ich habe dann die jeweiligen Uhren entsprechend verlinkt, so dass ihr da alle reingucken könnt, wenn ihr da Spaß dran habt. Deswegen, ich chocke einmal hier kurz den Chat, ob das soweit alles hier passt. Mit der Quali, der Stefan schreibt, alles bestens. Und der Kostos schreibt, Bild top und Sound top, hervorragend. Dann gehe ich gleich mal durch alle eure Kommentare. Aber zunächst einmal möchte ich euch meinen Wrist-Check verraten. Nach wie vor am Handgelenk Ores Arcus Kaliber 400 in 41,5 mm. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Ich liebe diese Uhr. Ich bin unfassbar happy, sie am Arm zu haben. Sie macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ja, kam jetzt auch nicht mehr runter die letzten drei Wochen, seit ich sie habe. Und meine anderen Uhren verstauben schon so ein bisschen in der Sammlung. Aber das macht nichts. Honeymoon, so gehört sich das. Und jetzt checken wir mal, was ihr alles dabei habt. Wir haben hier schon wieder liebe Grüße. Wir haben die Susanne am Start. Die grüße uns mit einer Psycho-Fucht mit blauem Blatt. Schön, dass du da bist, Susanne. Wir haben den Stefan, gerade eben hat er mir das Feedback gegeben. Jetzt grüßt er uns aus Bremen mit der Longing Conquest am Arm. Und morgen kommen zwei NWAs von Alter in Berlin. Du bist total gespannt. Wir sind auch total gespannt. Und Stefan, hau bitte unbedingt dann raus, was es geworden ist. Gerne auch in Form eines Alther-Weekend-Riss-Shots. Werner ist am Start mit der Psycho-Prospects Alpinist 1959. Der Wash Steven ist da. Schön, dass du hier bist. Schön, dich immer zu sehen. Guten Abend in die Runde heute mit der Psycho-Prospects 50 Jahre Deutschland Edition. Und der Peter Kraus zieht danach. Er hat es auch noch geschafft. Grüßt wie immer aus dem Siegerland mit der Mido Ocean Star Tribute Deutschland Edition. Der Rainer ist da. Schön, dass du hier bist, Rainer. Immer schön dich zu sehen. Der Mirko ist am Start. Grüß uns aus Bremerhaven. Psycho, Captain Willard. Der Stefan R. Guten Abend mit der Tudor Black bei GMT Steel & Gold am Arm. Verdammt geile Uhr. Gefällt mir richtig gut. Der Carsten grüßt uns mit der Longing Hydro Conquest und einer heißen Brühe. Falls du krank bist, gute Wässerung. Falls du einfach nur Bock hast auf heiße Brühe, kann ich auch verstehen. Trinke ich natürlich auch ganz gerne. Der Andreas ist da. Schön, dich zu sehen, mein lieber. Tudor Black Bay 58 am Start. Der Thorsten ist am Start. Grüßt uns mit der Psycho. Little Turtle Black Edition Türkis. Heute viele Psychos. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Florian ist am Start mit der SIN 104. Gefällt mir auch. Eine sehr geile Uhr. Volker, grüßt wie immer aus Lübeck im Mühlenkreis. Grand Seco Canro von Alter. Danke für dein Vertrauen. Und ich weiß ja, dass du diese Uhr enorm feierst. Der Hussi-Star aka Ristnot auf Instagram. Checkt unbedingt aus für sehr, sehr geile Fotos. Er grüßt uns. Atlantis grüßt uns mit einer Mark & Sun Sport Professional. Auch noch was anderes. Ibiza-Ingenieur. Verdammt geil. Der Wolper. Super. Wir hatten eben noch E-Mails geschrieben. Richtig geile Uhren, die du am Start hast. Navi-Timer Airborne vom Steffen aus Baden-Baden. Kostet reicht nochmal nach. Die Omega-C-Master. 1995. Geil. Mein Geburtsjahr. Sehr, sehr schön. Speedy Sapphire. Frühkölsch. Erst später im Veedel. Sehr gut. Frühkölsch. Da machst du auf jeden Fall nichts mehr falsch. Ich bin auf jeden Fall Team Mühlenkölsch. Guten Abend aus Luxemburg. Speedmaster Apollo 8. Für den morgigen Anlass. Sehr gut. Vielen Dank für deine Grüße. Watch sein Espresso. Vorhin haben wir noch auf Instagram geschrieben. Jetzt am Start mit der Nevada. Cronomaster. Einer Tasse. Espresso. Sehr, sehr gut. Gut, den Namen entsprechend. Und zu deiner Uhr kommen wir auch später noch. Verspreche ich dir. Der Josef grüßt uns. Der Micha grüßt uns. Nick at the Quick aka Willi grüßt uns. Aus Trebur. Sehr schön. Reiner Reich nochmal nach. Tag heuer Carrera Crono. Sehr, sehr gut. Der Patrick ist am Start. Der Tony ist am Start. Namen aus Augsburg. Grüße nach Augsburg. Schön, dich hier zu haben. Der Christoph ist am Start. Old Watch Alert. Longing Ultracron von 1971. Die originale Ultracron. Sehr, sehr geil. Gefällt mir. Alter schreibt. Let's go. Schönen guten Abend zusammen. Ich weiß nicht, wer gerade den Account verwaltet. Aber wer auch immer das ist hinter der Tastatur. Schön, dass du dabei bist. Kollege, Kollegin, wie auch immer. Lass uns eine gute Zeit zusammen haben. Submariner 126610 LV. Richtig gut. Immer sehr, sehr, immer sehr, sehr schön hier auch besondere Modelle zu sehen von Rolex. Hammer. Guten Abend aus Berlin. Trudor Ranger am NATO-Band am Start. Sehr, sehr gut. Noch mehr Grüße aus Berlin. Trudor Black Bay 58 wieder am Start. Eine Silver Snoopy am Arm von AK. Richtig geil. Fettes, fettes Ding. Und eine Doxa haben wir sogar beim Marvin. Pazifikblau. Hervorragend. Sven reicht noch die Omega nach. Und ihr schreibt so viele Leute. Sorry, falls ich hier irgendjemanden überspringe. Das tue ich mit Sicherheit. Der Garrett ist noch da. Links Finity. Grüße aus Düsseldorf. Trudor Black Bay Heritage. Schwarz Rosé. Super gut. Grüße aus der Nähe von Wien. Heute wieder die Speedy am Arm. Klasse. Breitling, super Chronomat. Fortis ist dabei. Grüße aus Salzgitter. Geil Start. Harnhardt Pioneer. Stealth. Super gut. Grüße aus Tirol. Und eine Rolex Oyster Perpetual 34. Erste und einzige Luxus-Uhr bisher. Und ich finde eine sehr, sehr gute Wahl. Denn ich kann die, ja, aus eigener Erfahrung. Ich bin ein großer Fan von den, ja, kissenförmigen Oyster-Gehäusen der Rolex-Modelle. Und insbesondere deswegen lässt sich auch verherren, die auf klassische Größen stehen, die 34er-Gehäusegröße sehr, sehr gut tragen, finde ich. Oyster Perpetual 34 sieht auch, finde ich, an mir sehr gut aus. Trägt sich tatsächlich eher wie eine 36er oder 37er von anderen Herstellern. Und dadurch, dass die Gehäuse nicht vollends rund sind, sondern eher so lang wie so Kissen, geht das bei Rolex-Modellen, insbesondere den Oyster-Gehäusen, sehr, sehr gut. Und dann kann ich hier dem Kosten nur beipflichten. Ich liebe diese Vielfalt hier, tolle Uhren, Leute. Ich sage es immer wieder und ich bin der festen Überzeugung, wir haben die beste Uhren-Community in ganz Europa. Die Alltech-Community ist die beste Uhren-Community in ganz Europa. Wir haben alle dabei, von jung bis alt, Männer sowie Frauen. Wir haben günstige Uhren, wir haben superteure Uhren, wir haben Quarzuhren, wir haben mechanische Uhren, wir haben alles da. Und jeder Uhr hier wird die gleiche Liebe zuteilen. Und das ist, was ich hier liebe und deswegen habe ich immer Bock, alle zwei Wochen hier mit euch im Stream zu chillen. Und der Fischi gibt einen ganz wichtigen Hinweis. Wenn ihr Bock habt, dass diese Sprechstunde noch lange Bestand hat, wenn ihr mir persönlich Feedback geben wollt, wenn ihr dem kompletten Team Altair vorn hinter den Kameras, in den Büros, in den Produktionsräumen, in den Filialen Support geben wollt, dann lasst unbedingt unseren Videos nicht nur meinen, sondern generell den Videos auf dem Altair-YouTube-Kanal mit einem Daumen nach oben da. Denn das füttert den YouTube-Algorithmus und so bitter das ist, man muss dann leider doch so ein bisschen nach den Regeln des Internets spielen. Und ja, je besser der YouTube-Algorithmus uns natürlich ratet, desto mehr Content können wir euch bieten. Und desto mehr Spaß macht das hier auch langfristig mit uns allen. Leute, bevor wir wie immer einsteigen, 111 Zuschauer an der Stelle. Super, dass ihr alle da seid. Und schöne Grüße an alle, die nachträglich einschalten. Wir starten mit den Community-Wristshots, denn es geht hier nicht nur um die Uhren, die ich euch mitbringe, sondern es geht auch um die Uhren, die ihr tragt. Und ich gebe euch hier die Plattform, sie der Community mitzubringen. Wie immer eine kleine, feine Selektion. Hier unten könnt ihr sehen, wie ihr teilnehmen könnt, wie auch ihr eure Uhr in der Altair-Sprechstunde platzieren könnt. Und wir starten mit einer Uhr, die wir eben in der Chatbox gesehen haben. Ja, ein wunderschöner Chronograph von Nevada aus Gränchen. Hervorragend. Also diese Kombi mit dem Band, die Lunette mit dem Aluminium-Inlay. Oh, die cremefarbene Lume in den Zeigern. Alter Schwede, das ist ein ganz, ganz feines Ding. Ich persönlich kein riesiger Chronographen-Fan. Aber wenn ich das so sehe, wie Kompax-Layout. Ja, da schmilzt mein Herz, bin ich ganz ehrlich. Winterliche Grüße haben wir von Sherlock's Watch. Er grüßt uns mit seiner Psycho-Turtle, macht sie zu Snow-Turtle im Skigebiet. Das gefällt mir. Hervorragend. Weiter geht es Seeluft-Tanken mit der Bommemessier-Riviera. Richtig guter Shot, schönes Panorama. Geile Uhr, underrated, gefällt mir richtig gut. Und den Abschluss der ersten Runde macht Gillywatch mit der Tudor Pelagos 39 39mm. In der Natur, out and about, so wie das sein sollte, mit Sportuhren fürs Abenteuer. Ja, nehmt sie mit nach draußen, Leute. Schont sie nicht. Ja, die Uhren sollen mit euch leben. Und genau so ist es von den Herstellern gedacht. Hervorragend. Leute, ich würde sagen, wir starten. Und wie schon angekündigt, heute so ein klein bisschen anders das Format. An sich nicht, sondern eher die Art und Weise, wie ich die Uhren präsentiere. Es sind so viele Storys gewesen, dass ich unmöglich das alles dem Ganzen genügend Raum geben könnte, wenn ich das nicht ein bisschen abkürze. Und deswegen, ja, halten wir die Storys heute ein bisschen knackiger. Dafür sind es aber mehr Storys, mehr Bilder. Ich habe euch extra viele Bilder mitgebracht. Und seht es mir nach, wenn ich heute nicht zu sehr ins Detail gehe für die Uhren und die Historie. Ich gebe euch natürlich wie immer so ein bisschen Content, umreiß das Ganze so ein bisschen. Aber mir geht es heute vorrangig darum, wie findet ihr die Uhren. Schreibt es unbedingt deswegen in die Chatbox. Und für alle, die dies verpasst haben, LVMH, Louis Vuitton, Louis Hennessey, eine der größten Luxusgüterkonzerne der Welt, börsennotiertes Unternehmen. Und ja, in Besitz bzw. Vereins unter seinem Dach auch die ein oder andere spannende Uhrenmarke. Und einmal im Jahr ist die LVMH Watch Week, wo halt exklusiv die Uhren der LVMH-Gruppen oder Gruppenangehörigen vorgestellt werden. Und diese ist jetzt in die Lande gegangen. Und deswegen gab es natürlich einen großen Schwall an Uhren. Coole Sachen waren dabei. Sachen, die wir nicht so erwartet hätten. Sachen, die man auch einfach erwartet hat. Und ich würde sagen, ja, wir haben alles dabei. Und wir quatschen. Und wir starten mit Tag Heuer. Wie ihr alle wisst, ist Tag Heuer insbesondere für zwei Kollektionen bekannt. Das ist natürlich die Carrera, ganz ohne Frage. Grüße an Rainer mit der Carrera hier in der Chatbox. Aber die zweite ist die Aqua Racer. Die Aqua Racer ist für viele Leute der Einstieg in die Welt der Luxusuhren. Das muss man ganz einfach sagen. Das hat mehrere Gründe. Tag Heuer ist, nehmen wir das gesamte Spektrum Luxusuhren, ja dann doch noch auf der einigermaßen erschwinglichen Seite, wollen wir es mal nennen. Gerade mit der Kollektion der Aqua Racer. Die bietet da sehr, sehr viel Auswahl. Plus Tag Heuer ist ein renommierter Name. Es ist eine Marke, die Rang und Namen hat. Und das wissen natürlich auch viele Kundinnen, viele Kunden zu schätzen. Und Tag Heuer hat man schon mal gehört. Ja, wenn man Sport guckt im Fernsehen, dann hat man das Logo schon mal gesehen. Man ist damit vertraut. Man weiß, was man kauft. Und man weiß, man kauft da Schweizer Qualität. Dann gibt es innerhalb der Aqua Racer Kollektion, so wie ich gerade eben gesagt habe, eine Menge Vielfalt. Es gab in den letzten Jahren, Monaten eine Menge Umbrüche. Die Uhr wurde komplett neu überarbeitet vor zwei Jahren. Es gab mal ein Datumsfenster. Dann war das Datumsfenster wieder weg. Dann hatte das Datumsfenster so eine Vergrößerungslupe. Dann war die auch wieder weg. Dann war das Datum an einer anderen Stelle. Dann war das Zifferblatt mit dickeren Balken quergestreift. Dann war es mit dünneren Balken quergestreift. Dann waren auf einmal die Indizes achteckig. Dann waren sie wieder rund. Dann waren sie länglich. Also das Ganze hatte eine große Dynamik, wollen wir mal sagen. Und es waren aber alles weitestgehend dieselben Uhren und nichts, was sonderlich groß aus dem Rahmen gefallen ist, bis letztes Jahr Tag heuer die Aqua Racer Professional 200 Solar Graph erstmalig fest vorgestellt hat. Solar Graph heißt, sie wird von einem Quarzwerk betrieben, welches Solar angetrieben ist. Das heißt, so wie der Citizen EcoDrive ungefähr oder diesen vor zwei Jahren inzwischen vorgestellten Cartier-Modelle der Mast-Kollektion. Ganz, ganz feine, transparente Flächen im Zifferblatt lassen es zu, dass die Uhr sich selber mit durch Sonnenenergie quasi wieder aufbläht und somit nie zum Stillstand kommt. Das ist natürlich eine coole Sache, insbesondere für Leute, die auf Toolwatches stehen. Ja, viele Taucherinnen und Taucher schwören ja auf den EcoDrive von Citizen. Warum? Weil eben die Uhren durch die Solarfunktion sich selber wieder aufladen und somit für einen Batteriewechsel nicht geöffnet werden müssen. Dadurch verlieren sie nie ihre Wasserdichtigkeit. Das ist natürlich eigentlich ganz smart. Jetzt hat Tag heuer eine Toolwatch rausgebracht. Und zwar ist es die Ergänzung der schon bestehenden Solar Graph Kollektion. Ja, und auch hier sehen wir ganz ohne Zweifel den absolut tooligen Look. Eine schöne Sandstrahlung, macht das Ganze super cool, monoprom. Ja, das gefällt mir richtig gut. Also wir haben im Prinzip Armband und Lunette in demselben Colorcoat. Das finde ich klasse. Ich finde, das sieht wirklich gut aus. Und die Sandstrahlung gibt im Ganzen ja wirklich so einen sehr, sehr tooligen Effekt. Was man nicht übersehen kann, wenn man auf diese Uhr guckt, ganz ohne Zweifel, ist der Grundwerkstoff. Sie besteht nämlich aus Titan. Es ist Grade 2 Titan. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise, wie viel Grade es gibt. Ich weiß, dass Grade 5, also Grad 5, ein sehr, sehr hochwertiges ist. Hier finden wir jetzt Grad 2. Ich frage mich jetzt nicht genau, worin die sich unterscheiden. Aber Tag heuer macht nicht nur das Gehäuse, die Lunette, sondern auch das Armband komplett aus Titan. Deswegen ist die Uhr ultraleicht. Wir haben also jetzt schon mal zwei maßgebliche Faktoren, die die Uhr echt zu einer tollen Begleitung machen. Für Leute, die vielleicht gerade erst in das Hobby-Luxus-Uhren reinkommen. Oder sagen, dass sie Bock haben auf eine Uhr, mit der man alles machen kann, eine echte Toolwatch für draußen. Wir haben einen sehr, sehr robusten Werkstoff, der sehr, sehr leicht ist, der hypoallergen ist. Und eine Uhr, um die man sich quasi nie kümmern muss. Set it and forget it. Du stellst einmal die Uhrzeit ein und du musst dich um nichts kümmern. Kein Aufziehen, kein Tragen, damit sie nicht stehen bleibt. Kein Batteriewechsel, denn das alles geschieht durch Selbstaufladung über das Zifferblatt. Bleiben wir auf dem Zifferblatt. Wir haben tolle Kontraste. Wir haben, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Farbenspiel mit diesem türkisfarbenen Sekundenzeiger. Und eine Menge Leuchtmasse. Und auch da, richtig cool, wir haben den Minutenzeiger in einer anderen Farbe als die Indizes und den Stundenzeiger. Was ich mich gefragt habe, ist, warum das Dreieck auf der Zwölf nicht beleuchtet ist. Das wäre natürlich nochmal ein bisschen, ja, das wäre nochmal so ein bisschen cool gewesen. Ein bisschen coolerer Touch. Und somit verliert natürlich die Lunette so ein klein bisschen ihrer Timing-Kompetenz. Aber vielleicht gibt es dann eine Erklärung, für die ich einfach gerade nicht parat habe. Ansonsten finde ich das eine durchaus sehr gelungene Uhr. Wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Hardcore-Uhren-Enthusiasten erst mal vom Wort Solar-Quarzwerk abgeschreckt sind. Das Ganze ist tatsächlich auch ein von Tag heuer entwickeltes Quarzwerk. Ja, das ist das TH50-00. Also das ist jetzt auch nicht irgendwas. Sondern das wurde schon mit dem Hintergedanken, das in eine hauseigen Uhr zu bauen, auch im eigenen oder von eigenen Ingenieuren entwickelt. Und ja, ich würde sagen, so in Summe gibt das Ganze doch ein durchaus rundes Gesamtbild ab. Also ich hatte tatsächlich mit der letzten Solar Graph schon einige Gespräche mit Leuten, die gesagt haben, ja, die würde man sich eigentlich schon auch in Automatik wünschen. Einfach von der Optik. Und das würde ich sagen, trifft hier genauso zu. Also das ist einfach von der Optik, finde ich, eine verdammt geile Uhr. Und ja, das Ganze zu einem Preis von 2950 Euro. Und ja, das kann man natürlich jetzt argumentieren. Ist das viel für eine Quarz-Uhr? Wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, wir bewegen uns hier bei Luxus. Und im Bereich Luxusgüter ist kein Preis eigentlich wirklich gerechtfertigt. Und ja, ich würde sagen, das bewegt sich noch innerhalb der Konkurrenz. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Eine kleine Ergänzung noch. Die erste Solar Graph war nicht aus Titan. Die war nämlich, glaube ich, aus Edelstahl und die war DLC-beschichtet für so einen schwarzen Look. Und die DLC-beschichtete Uhr aus Edelstahl und jetzt die Titan-Variante kosten beide mit 2950 Euro exakt dasselbe. Finde ich auch interessant. Und ja, da liegt natürlich der Value in der Titan-Variante. Die Takoya sieht gut aus, schreibt der Peter. Und zu später Stunde gesellt sich der Jean-Luc zu uns mit seiner DLC-Master-Ultra-Ten-Moon am Arm. Schön, dass du da bist. Schön, dich hier zu haben. Der Stefan schreibt, mit Takoya-Karriere hat mal eine Sucht angefangen. Ja, war bei vielen so. War bei vielen so. Also, ich weiß, mein Mitbewohner, dessen erste Liebe war auch die Takoya-Karriere. Und es geht vielen so. Der Wolper schreibt, Monaco, stimmt. Hätte ich eben nicht vergessen dürfen. Wenn es um ikonische Uhren aus dem Hause, Takoya geht, darf man natürlich die Monaco nicht vergessen. Und ja, die ist natürlich mindestens genauso ikonisch wie die Carrera. So, die grüne Aquaracer war ja auch schon aus Titan. Ist sehr gut angekommen. Sicherlich ein Grund, warum sie sich Takoya für den Workshop entschieden hat. Schreibt der Benne. Schön, dass du da bist, Kollege. Immer schön, dich hier zu haben. Genau, die war auch aus Titan. Fand ich das Farbenspiel ehrlicherweise nicht so 100% geil. Ich mochte das Grün nicht ganz so gerne. Da finde ich hier diesen Thron-in-Thron-Look ziemlich gelungen. Und ja, macht mich mehr an. Stricht mich so ein bisschen mehr an. Marvin schreibt, scheint als sieht man doch mal wieder Stahl. In diesem Fall Titan-Villetten, nachdem eine Zeit lang alles in Richtung Keramik ging. Ja, fairer Punkt. Stimmt. Habe ich so noch gar nicht betrachtet. Was kostet der Lachs? 2.950 Euro. Patrick schreibt, mir gefällt Titan sehr gut. Ich trage meine Omega sehr gerne. Und Susanne schreibt, Design und Funktion gefallen ihr gut. Und ja, ich weiß gar nicht ehrlicherweise, warum. Aber ich werde mit Titan als Werkstoff nicht so 100% warm. Ich glaube, das hängt ein bisschen auch mit Gewohnheit zusammen. Wenn man die ganze Zeit das Gewicht von der Uhr am Arm spürt und dann legt man eine Uhr aus Titan, um die dann auf einmal so leicht ist, fühlt sich das vielleicht erstmal ungewohnt an. Ich glaube, das ist ein Tragegefühl, an das man sich gewöhnen müsste. Aber ja, ich glaube, das bietet schon viele Vorteile. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich Bock hat, einfach eine Uhr am Arm zu haben, um wirklich eine Uhr in ihrer Funktion am Arm zu haben. Wenn man wirklich sagt, man macht Sachen, man ist draußen unterwegs und möchte einfach nichts, was einen stört. Das ist, glaube ich, Titan eine sehr, sehr gute Wahl. Der Chatter bemerkt richtigerweise, farblich ist die Lume, die umgedrehte SMP 300. Das stimmt. Da sind die Stunden- und Minutenzeigerfarben vertauscht. Wenn du schreibst, habt ihr eine Ahnung, wie lange eine Solar-Quarz-Batterie hält? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann da hier das Hive-Mind, das Schwarmgedächtnis unserer Community hier mal aushelfen. Wie groß ist die? Vielleicht kann mir da der Bende Auskunft geben, aber ich meine 40 Millimeter. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die 40 Millimeter groß. Genau. Wie alt hat sich die Frage gestellt? Ich meine 40 Millimeter. Falls ich da daneben liege, korrigiert mich gerne. So, von der Optik Top-Garnas-Automatik. Das sehe ich auch ähnlich. Und der Volker schreibt, interessante Uhr. Für mich würde Quarz nur von Grand Seiko in Frage kommen. Ja, das sagen ja viele. Und das ist durchaus eine Meinung, die ich auch teilen kann. Wenn man sagt, man geht auf Quarz, dann vielleicht sogar von denen, die es am allerbesten machen. So, der Ulrich ist dabei. Schöne Uhr. Viel für Quarz und Automatik. Noch interessanter. Sehe ich auch so. Optikhammer, Preishammer. Tagheuer Leichtgewicht. Muss man mal ausprobieren. Leuchtmasse gefällt on top. Das fasst es doch schön zusammen. Und ja, ich sehe hier schon in der Chatbox, es gibt eine Menge Tagheuer Aquaracer-Fans. So, wir haben hier Antworten auf die Frage von Benne bezüglich der Lebensdauer der Batterie. Bei Citizen schreibt der Watch Steven circa sechs Monate. Bei Cartier 16 Jahre. Mirko schreibt, seit 2400 Citizen Thromaster Solar. Batterie geht heute noch. Und auch hier schreibt Linksfinity, ich habe einen EcoDrive seit über 15 Jahren ohne Probleme mit dem Akku. Und Benne bestätigt mich, 40 mm ist korrekt. Wahnsinn. Also dann sind das ja wirklich brutale Zeiträume, die man hier überwürgen kann mit dem Solarwerk. Heftig. Hätte ich jetzt auch so nicht gewusst. Aber ich bin ja auch hier, um zu lernen. Klasse. Danke an euch. Leute, wir machen weiter. Die nächste Vorstellung ist nämlich eigentlich überhaupt keine Uhr. Sie gehört allerdings zu einer Uhr. Und zwar geht es um die Omega Speedmaster. Die Moonwatch, die wir alle kennen, die wir alle lieben. Und ja, wenn hier gerade jemand in der Chatbox geschrieben hat, dass die Tag Heuer Carrera die Liebe zur mechanischen Armanduhr entfacht hat, dann kann ich mir vorstellen, dass es bei mindestens genauso vielen Leuten auf jeden Fall die Omega Moonwatch war. Aber ich kann für meinen Teil persönlich sagen, die Omega Moonwatch war die erste Luxusuhr, wegen der ich aktiv zu einem Konzessionär gegangen bin, um sie anzuprobieren. Ja, vorher habe ich immer nur so Windows-Shopping betrieben im Internet. Aber wegen der Speedy bin ich dann doch mal aus meiner Komfortzone raus. Das erste Mal bei einem Jubiläer rein und habe sie mal ans Handgelenk gelegt, weil ich so fasziniert war von der Uhr. Und ja, die Speedmaster wurde ja im Jahre 2021 neu aufgelegt. Wir haben eine Menge Updates bekommen, sowohl äußerlich als auch innerlich. Und ja, es ist auf jeden Fall mit das heißeste Modell von Omega und absolut zu Recht. Tolle Historie, verdammt geile Technik im Inneren. Und eine super charmante Uhr einfach, ja. Ich liebe sie. Was man vermisst hat bei der Vorstellung, beziehungsweise bei der Überarbeitung im Jahre 2021, war eine Schnellvorstellung in der Schließe. Das war so ein Kritikpunkt, wo Leute gesagt haben, das ist in Anbetracht dessen, was Omega mit der Speedy gemacht hat, mit diesem Grundumschlag, mit dieser vollständigen Überarbeitung ist das zu vernachlässigen. Und das geht eher so in die Kategorie, wäre schön gewesen, wenn, ist aber jetzt nicht so tragisch. Bis dann im selben Jahr später die Speedmaster Chronoscope vorgestellt wurde, die dann in ihrer Schließe ein Schnellvorstellsystem hatte. Und dann haben natürlich die Leute gesagt, Mensch, das hätte ich mir doch für die Speedy auch gewünscht. Und ja, wie das dann halt so ist, Leute sind erfinderisch. Ja, wurde sich dann das Chronoscope-Armband bestellt, es wurden sich Zwischenglieder bestellt, es wurden sich Schließenteile bestellt. Und dann wurde sich die Schnellvorstellungsschließe von der Chronoscope irgendwie an die Speedmaster dran gebastelt. Das ging, das ging aber nicht so 100 Prozent, die Teile waren nicht so wirklich einfach zu beziehen. Aber findige Leute, ja, mit geschickten Fingern haben es irgendwie trotzdem hinbekommen. Und ich habe in vielen Foren gelesen, dass es auch durchaus seinen Job gemacht hat. Aber es war natürlich eher so eine Notlösung, vielleicht so ein bisschen Hölzern und das Ganze direkt an einem Armband an der Uhr geliefert zu bekommen, wäre dann natürlich die wünschenswertere Variante gewesen. Jetzt ist Omega diesen Wünschen nachgekommen und hat für ihre legendäre Moonwatch ein neues Armband auf den Markt gebracht. Nämlich eins mit einer Schließe mit Schnellvorstellung. Es gibt sogar gleich zwei neue Armbänder mit, ja, zwei individuell verschiedenen Ausführungen. Einmal ein komplett gebürstetes Armband und einmal eins mit polierten Zwischengliedern. Ist dann jeweils so ein klein bisschen unterschiedlich im Look. Und das Armband kann an bereits gekaufte Uhren für 760 Euro nachgewürstet werden. Wenn man sagt, man möchte nur die Schließe nachbestellen, kostet die 200 Euro. Die Schließe ist ein bisschen größer geworden. Sie ist von 29 auf 33 Millimeter länger geworden. Und, ja, die Proportionen der Schwingarme im Inneren haben sich so ein bisschen verändert. Also, ja, hier im Prinzip diese Konstruktion, wenn ich das mal an meiner Uhr zeigen kann, da hat sich das Ganze so ein klein bisschen in den Proportionen des mittleren Schwingarms zu seinen beiden Äußeren verändert. Aber nichts Weltbewegendes. Die Schließe sieht nach wie vor genau gleich aus. Ja, schön schlank mit diesen vertikalen Schliffen und dem Omega-Logo. Also, sieht super aus. Und eine gute Nachricht, würde ich sagen, für Speedy-Fans. Denn jetzt habt ihr eine Möglichkeit, eine Speedmaster mit Schnellverstellungsschließe zu kaufen. Beziehungsweise das Band nachzurüsten. Was ich allerdings nicht genau weiß, ist, und da können mir hoffentlich die Leute irgendwie aus den Sales weiterhelfen, wie das denn aussieht mit der Auslieferung. Ob ab jetzt quasi alle neuen Speedmaster-Modelle mit dem neuen Armband kommen und welche der beiden Armbandoptionen, das Gebürstete oder das Teilfolierte, den dann da auch standardmäßig verbaut sind, würde mich dann mal echt absolut interessieren. Habe ich nämlich leider keine Ahnung von. Vielleicht weiß da jemand was. So, der Wolfer schreibt erstmal, er würde sich nicht mehr die Methasalit-Glas holen. Ja, wahrscheinlich wegen der Kratzer, kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen hin- und hergerissen. Auf der einen Seite ist natürlich Hesalit-Glas mit Massivboden, die originale Speedmaster. Auf der anderen Seite wahrscheinlich irgendwie auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Wenn man sagt, man will die Speedmaster als seine tägliche Uhr haben, ist es wahrscheinlich irgendwie besser, die Saphir-Variante zu nehmen. Und das Werk ist eigentlich auch zu schade, um versteckt zu bleiben. So, hier haben wir den Hussi, der schreibt Chronoscope, genau, das ist eine verdammt geile Uhr, das war ein verdammt geiler Release. Und der Volker schreibt etwas, was sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig ist und sehr hervorragenswert. Cool, dass Omega auf die Community hört, das sehe ich genauso. Also, es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass Konzerne gerade im Bereich der Luxusgüter auf Endkonsumentinnen und Endkonsumenten hören. Umso cooler, dass Omega das macht. Und ja, ich finde auch, der absolut richtige Schritt. Die Deville und die Constellation werden vernachlässigt, schreibt der Peter. Ich würde nicht sagen, dass die vernachlässigt werden. Das Marketing wird nur für den europäischen Markt vernachlässigt. Die Deville und die Constellation sind beides Modelllinien, die im ostasiatischen Markt sehr, sehr gut laufen. Und die Produktion und das Marketing wird halt dementsprechend dahin geschifftet. Also, die haben mit den beiden Kollektionen keine Absatzprobleme. Omega nur halt nicht auf dem zentraleuropäischen Markt. Jo, Omega Constellation findet der Andreas mega. Das stimmt. Ich finde die auch super, sieht richtig gut aus. Und so, Omega ist einfach klasse. Und ich glaube, dem gibt es wenig hinzuzufügen. Und die Bronze Gold Chronoscope ist traumhaft und preislich in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja, ich finde die Chronoscope, die bietet tatsächlich super viel Value. Ich sehe da auch echt eine sehr, sehr gute Uhr drin. So, der Ulrich schreibt auf die Hazer-Lied gegen Saphir-Glas-Debatte. Die Zeit ist weitergegangen, daher Saphir, aus dem will ich, wenn das schöne Laufbeck sehen. Genau, dafür schenke ich die Historie her. Und das ist auch der Trade, den ich wahrscheinlich machen würde. Würde ich irgendwann mal in die Versuchung kommen, die Uhr zu kaufen. Kann ich bestätigen, Thailand, Hongkong sieht man wenig Speedmaster und vielmehr der Constellation im Laden. Ja, ja, ganz genau. Das unterstreicht das ja. Aber ja, stimmt. Du warst ja jetzt erst vor kurzem da, Marvin. So, alles klar. Ich würde sagen, wir machen weiter. Aber an dieser Stelle erstmal danke für 145 Zuschauerinnen und Zuschauer draußen an den Bildschirmen. Schön, dass ihr da seid. Push es unbedingt weiter. Ja, es geht nach vorne. Wir werden mit jedem Stream mehr Zuschauer. Und ich hoffe, wir haben einen guten Abend heute zusammen. Und für alle, die die später einschalten, schön, dass ihr da seid. Und es ist natürlich nie ein Problem, die Alther-Sprechstunde im Review später zu gucken. Ja, die nächste Uhrenmarke, die gerade in den letzten Jahren enorm hohe Wellen schlagen konnte. Und auch hier bei uns natürlich bei Alther und in der Alther-Community ist Cartier. Cartier ist als Marke zu uns gekommen, als wir unsere Filiale in Berlin neu eröffnet haben. Und das ist eine Marke, auf die wir unglaublich stolz sind. Und das hängt gerade im Bereich der Uhren natürlich damit zusammen, dass Cartier, obwohl viele Leute, man muss es wirklich sagen, die von außen auf die Uhrenindustrie gucken. Ich habe sogar schon mal Leute sagen hören, Cartier sei eine Fashion-Watch-Brand, wo ich mir dann an den Kopf fassen musste. Ja, natürlich in erster Linie ist Cartier heutzutage eine Schmuck-Manufaktur. Und die meisten Leute werden Cartier auch mit Schmuck assoziieren. Dennoch ist Cartier aus der Uhrenindustrie nicht wegzudenken. Wenn wir an die Santos Dumont denken, ja, die erste Fliegeruhr, die erste Sportuhr mit die erste Armbanduhr überhaupt, die es für Männer gab. Und ja, es ist einfach ein absolut, absolut bahnbrechend gewesen damals. Und somit ein unverzichtbares Stück Uhrengeschichte. Allerdings ist Cartier, und da waren wir ja vorhin beim Thema Quarzuhren, sich auch heute im Jahr 2023 nicht zu schade, Großteile ihrer Kollektion auch einfach mit Quarzuhren zu bestücken. Einfach weil sie wissen, dass viele Leute, die zum Cartier-Klientel gehören, primär Schmuckkundinnen und Kunden sind. Und ja, denen geht es dann häufig halt nicht wirklich um das mechanische Innenleben einer Uhr, sondern um ein schönes Stück, ein schönes Accessoire, was im Prinzip ein Outfit abrundet. Und deswegen ist Cartier sich nicht zu schade, Quarzwerke zu verbauen. Und so ist es auch jetzt in vielen, aber nicht allen Uhren der neu aufgelegten Cartier Tank Francaise Kollektion, die ich euch hier präsentieren möchte. Mehr als 25 Jahre nach der ursprünglichen Einführung, die war nämlich 1996, wurde nämlich die Kollektion jetzt komplett überarbeitet. Und ich habe euch jetzt hier in Groß eins der Modelle mitgebracht. Und ja, das habe ich gewählt und genau dieses Bild, weil ich eben anhand dessen unterstreichen möchte, was die Tank Francaise halt ausmacht. Verglichen mit der normalen Tank sind die Linien hier viel klarer definiert, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, wir haben ein kleineres Verhältnis von Gehäuse- und Armbandbreite. Die Zifferblätter sind ein klein bisschen gedrungener. Und die ergonomischen Rundungen im Gehäuse und auch in den individuellen Bandgliedern, die lassen das Ganze eher wirken wie ein Armband mit einer integrierten Uhr, anstatt einer Armbanduhr an einem Armband, wenn man so will. Ja, und das ist genau das, was die Tank Francaise verkörpern möchte. Und sie ist in verschiedenen Größen erhältlich. Sie sind verschiedene Materialien erhältlich, Stahl und Gold. Und was ich euch hier an diesem Screenshot zeigen möchte, ist, dass wir halt eben kleinere und mittelgroße Modelle haben mit einem Quarzwerk. Und das große Modell hat ein mechanisches Uhrwerk zu einem Preis von 5800 Euro. Rechts daneben seht ihr noch das kleine Modell in Vollgold. Und das gibt es auch noch mit Diamanten und dann in allen anderen Größen. Ja, und dann natürlich sieht man am Preis, wofür man da das Geld bezahlt. Das ist natürlich für das Material. Aber ich würde sagen, was uns hier interessiert, ist als Uhrenenthusiasten die mechanische Tank Francaise. Ich muss ehrlich dabei sagen, ich bin mit der Tank Francaise nie so 100% wahr geworden. Einfach, weil ich eben finde, dass sie so ein bisschen aus dem Kontext gerissen aussieht. Einfach, weil ich finde, sie verkörpert halt nicht so 100% das, was ich in einer Armbanduhr suche, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber durchaus eine spannende Kollektion. Und ich habe sie euch mitgebracht, weil eben die Rezeption innerhalb der Uhren-Community doch sehr, sehr positiv war. Ja, das Design, können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, sticht ja direkt ins Auge eigentlich. Ist auch ein klein bisschen anders als das der üblichen Tankmodelle. Wir haben hier eine sehr, sehr tief ins Gehäuse eingelassene Krone. Auch das etwas, was neu ist für die Kollektion jetzt. Und ja, die Uhr ist fast vollends gebürstet. Auch das ist irgendwie ganz interessant. Aber ja, mich würde auch interessieren, wie findet ihr die Kollektion? Wie findet ihr die Tank Francaise? Und kann sie mit den herkömmlichen Tankmodellen für euch konkurrieren? Für mich persönlich nicht. Ich mag die anderen herkömmlichen Tankmodelle lieber. Aber das finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Release. Ich zeige euch hier nochmal die anderen. Und ja, von dem, was ich halt mitbekommen habe, die Uhren gehen weg wie warme Semmeln. Einfach, weil halt Leute, ja, Bock darauf haben. Und ich hatte heute noch ein interessantes Gespräch mit einem Kumpel. Das ist halt eben sehr vielen Leuten einfach auch, und da sind wir vielleicht hier in unserer kleinen Uhren-Bubble so ein bisschen verblendet, und es ist den Leuten egal, ob ein mechanisches Werk drin ist oder nicht. Ja, die wollen eine Armaduhr zum Ablesen der Zeit. Und wenn es noch von Cartier ist und dabei noch gut aussieht, dann ist es umso besser. Und ob da jetzt ein mechanisches Uhrwerk drin ist oder nicht, das ist den allermeisten Leuten auf diesem Planeten echt richtig egal. Und auch wenn das unser einem schwerfällt, zu glauben, aber Cartier weiß, wie man das spielt. Cartier weiß da sein Publikum, seine Kundschaft zu bedienen, und das machen sie richtig gut. Und dementsprechend gibt es bei Cartier mit den meisten Releases immer eine ordentliche Ladung Quarzpower dabei. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. So, ich habe den Vorgänger letztes Jahr meiner Frau geschenkt, das war ihre absolute Greywatch, schreibt der Wende. Geil, ich erinnere mich sogar, stimmt. Da war ja was. Bin gespannt auf die neue Tankfrancaise, sie mal live zu sehen. Peter schreibt die Größen bitte. Also ich habe die Größe für das automatische Modell, weil ich das das Interessanteste fand. Und das ist 36,5 mal 30,5 Millimeter. So. Ich glaube, dass Cartier die Tankfrancaise erstmals in einer Herrenversion vorgestellt hat. Fand die echt nicht schlecht am Handgelenk von Rami Malik, dem Botschafter. Ja, das Video habe ich gesehen. Und du hast recht jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Die Tankfrancaise gab es davor nur für Damen. Ja, stimmt. Du hast absolut recht. Das ist wahr. Dankeschön für die Ergänzung. So. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Die aktuellen mechanischen Cartier-Werke sind der Hammer. Saurobust und sehr gangenau, schreibt Tomega. Geiler, geiler Handel. Es ist einfach ein Schmuckstück. Francaise ist nicht mein Ding. Aber Cartier-Vollon-Bleu ist klasse. Mit Cartier werde ich einfach nicht warm. Die Uhr ist sehr schön, aber das Band gefällt mir null. Susanne findet sie gut. Und der Traum von Wolper ist eine Drive extra flach. Finde ich auch die geilste Cartier, muss ich sagen. Gefällt mir auch am besten. Ja, also ich sehe auch hier bei euch solche und solche Meinungen. Genauso soll es ja sein. Aber ich denke, Cartier ist ein Big Player, nicht zu vernachlässigen. Und deswegen habe ich euch die ganze Geschichte mitgebracht. Wir machen weiter und zwar mit einer anderen Uhrenmarke, die hohe Wellen schlagen konnte. Und zwar geht es um Zenit. Und wenn ihr hier diese Uhren seht auf diesem Bild, dann wisst ihr schon genau, worum es sich dreht. Es dreht sich um die Zenit DeFi Skyline Skeleton in 41 Millimeter. Ja, brutale Uhren. Ganz ehrlich. Ich finde die Skelettierung der, ja man kann fast sagen, die Skelettierung der LVMH-Gruppe, weil sowohl Zenit als auch Takoya als auch Üblo gehen sehr, sehr ähnlich vor, finde ich, bei der Art und Weise, wie sie Uhren und insbesondere Zifferblätter skeletieren. Und ich finde, es sieht immer übertrieben geil aus. Denn ich bin grundsätzlich nicht der allergrößte Freund von Skelettierung, weil ich halt häufig das Gefühl habe, dass da auf Teufel komm raus alles weg skelettiert wird. Und am Ende der eigentliche Nutzen einer Uhr, nämlich das Ablesen der Zeit, irgendwie zu einer Sache der Unmöglichkeit wird. Aber ich finde gerade bei den Uhren hier, wenn man sich das mal anguckt, da werden eigentlich keine Kompromisse gemacht, oder? Ich meine, irgendwie hat das Zifferblatt trotzdem Integrität. Durch die kleine Sekunde unten behält das Ganze halt irgendwie auch seinen ursprünglichen Touch. Die Skelettierung steht nicht so super krass im Vordergrund. Und das Ganze wird einfach ultrasportlich, super futuristisch. Und wenn ich ganz ehrlich mit euch sein soll, gefällt mir die skelettierte Variante deutlich besser als die Variante ohne Skelettierung. Ich habe neulich einen sehr, sehr interessanten Input bekommen. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Denn das, was dazu geführt hat, dass ich mit den regulären DeFi Skyline Modellen nicht 100% warm wurde, ist, dass sie zu sehr aussahen wie eine Konzeptuhr. So nach dem Motto, was fehlt uns noch in der Kollektion? Und wir maßschneidern diese Uhr. Die ist eigentlich perfekt. Die hat alles, die kann alles. Top Materialien, Top Verarbeitung, Top Uhrwerk. Alles stimmt, aber sie sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Industrieprodukt. Halt perfekt designed, perfekt umgesetzt und da ist die perfekte Uhr. Und ich finde, diese skelettierte Variante, die hat so viel mehr Charakter. Die hat irgendwie so dieses gewisse Brachiale, aber gleichzeitig ist sie halt doch noch irgendwie sportlich und ist ein Hingucker und durch diese Skelettierung halt irgendwie auch ja, nicht ganz so aalglatt. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, was ich meine. Ich finde die richtig geil. Die macht mir eine Menge Spaß. Ich persönlich finde die blaue besser, also schöner für meine Augen. Und ja, hat Zenith in meinen Augen einen ganz, ganz großen Wurf gelandet. 41 Millimeter, Stahlband oder Kautschuk. Und diejenigen, die es kennen, wissen, Zenith macht mitunter die besten Kautschukbänder am Markt. Dank des Alprimero-Kalibers im Inneren sehen wir unten auf 6 Uhr ein Fudriant. Das heißt blitzende Sekunde, auf gut Deutsch. Ja, also eine Sekunde, die sich mit einer rasenden Geschwindigkeit bewegt, einfach weil das Uhrwerk es hergibt. Und das Ganze kostet 11.800 Euro. Und bevor ich mir jetzt eure Meinung dazu einhole, habe ich noch eine zweite Vorstellung von Zenith dabei, die ich euch auch einfach noch kurz unterherschmeißen möchte. Nämlich, wo wir gerade von den regulären Modellen reden, ist jetzt auch was dabei für die kleineren Handgelenke. Nicht unbedingt für Damen, denn aufgrund der Farbwahlen können auch durchaus Herren diese Uhren tragen. Und was ich richtig cool finde von Zenith übrigens, ist, dass sie sowohl die 36 Millimeter Varianten als auch die 41 Millimeter Skeleton-Varianten an männlichen und weiblichen Handgelenken bewerben. Finde ich sehr, sehr gut. Genauso soll es sein. Hier schlägt im Inneren, und ihr könnt es daran erkennen, dass wir eine Zentralsekunde haben, eben kein Alprimero-Kaliber, sondern ein Kaliber der Elite-Serie. Und die Uhren kosten 9.100 Euro. Wie gesagt, 36 Millimeter in Blau, in Hellgrün, in Pink. Und ja, vielleicht ist da ja für den einen oder anderen, die einen oder andere auch was dabei. Ich finde sie eigentlich echt ganz cool und finde hier die pinke Variante tatsächlich auch ziemlich ansprechend. Genau, hier habe ich nochmal ein Bild der schwarzen Skelettierten. Und rechts könnt ihr sehen, wie die am Handgelenk sitzt. Und ich finde, die macht durchaus was her. Finde ich super. Was sagt ihr? So, jetzt muss ich scrollen, so viel wie ihr geschrieben habt. So. Ich mag die normale Defi-Skyline viel lieber. Skelettierungen sind einfach nicht meins, aber die neue Skyline ist interessant, schreibt der Stefan. Nur der Preis im Verhältnis zur Chrono-Master-Sport ist unmäßig. Guter Punkt, guter Punkt. Zenith steht bei mir oben auf der Liste, aber eine Skelettierung mag ich gar nicht, schreibt der Volker. Die blaue ist doch was. Eine der wenigen Skelettierten Uhren, die ablesbar sind. Genau, das ist genau mein Punkt. Sehr schöne Uhr von Zenith. Ich mag Skelettierte Uhren, schreibt Atlantis. Wolper schreibt ein Schnäppchen. Der Peter schreibt, in Blau geht das ablesen. Wahrscheinlich noch am besten. Der Jolli schreibt, mit der kleinen Skyline haben sie einen großen Wurf gemacht. Mir gefiel die dezentrale Sekunde nie. Ist auch ein guter Punkt. Naja, also du hast jetzt halt nicht nur die Auswahl zwischen einem großen und einem kleinen Modell, einfach nur was die Größe anbelangt, sondern du hast natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, gefällt mir eine zentrale Sekunde oder gefällt mir eine dezentrale kleine Sekunde besser. So. Skeleten sind schon geil, aber die neue ist einfach zu teuer. Sieht aus wie Maurice Lacroix, schreibt der Watch Steven. Sieht aus wie der AP Royal Oak, schreibt links Fiddity. und Sterben schreibt 9K, Holler, die Waldfee. Ja, und der Nachtrag hier, für fast 12.000 Euro bin ich dann aktuell bei einer Waschraub-Konstantat 56, auch wenn das ein anderer Typ U ist. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man sich rechts und links umguckt, für was trägt man für sein Geld, da tun sich natürlich in der Preisrange von 11.800 Euro eine Menge, Menge, Menge Möglichkeiten auf, muss man natürlich einfach nur sagen, oder muss man natürlich überlegen, worauf man da Bock hat. Die Preise sind echt kräftig, schreibt der Thorsten. Und ja, das stimmt, das sind sie. Und genau, Zenith ist auf jeden Fall nicht einer der günstigeren Hersteller. Aber, ich sage es ja immer wieder, wir müssen, gerade wenn es um Luxusuhren geht, immer so ein bisschen auch rechts und links gucken, was verlangen andere Hersteller für vergleichbare Qualität, für vergleichbares Innenleben, für vergleichbare Verarbeitung, pipapo, und dann gucken, wie sich dann die Preise zusammensetzen. Aber auch natürlich, das entschuldigt nichts und kann immer sein, dass da Hersteller ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gerade gar nicht zu 100%, wie man das im gesamten Zenithportfolio einordnen kann. So. Jo, ich würde sagen, wir checken mal weiter, was wir haben, denn die Releases sind noch nicht vorbei. Ich habe eine Uhr, auf die ich mich eigentlich schon die ganze Zeit freue, sie euch vorzustellen, denn, ihr wisst, Oris, einer meiner Lieblingshersteller, hat auch Released. Zwar nicht im Rahmen der LVMH Watchweek, denn sie sind kein Teil der LVMH, sondern sind ein unabhängiger Hersteller, der für sich selber steht. Aber nichtsdestotrotz, wunderschöne Uhr, haltet euch fest, Freunde. Die Oris Big Crown Kaliber 473 in einem knalligen Blau, wo man echt nicht weiß, wie man anfangen soll, dieses Zifferbad zu beschreiben. Ich finde, das ist ein richtiger Hit. Diese Uhr ist ein absolutes Brett. Für meinen Geschmack, wenn ich sie jetzt auch hier an dem Handgelenk sehe, auf dem Foto, die perfekte Größe für eine Armbanduhr, aus der Kategorie wohlgemerkt. Supergute Farbwahl, ikonisches Modell, tolle Ablesbarkeit, tolles Armband und alles in allem wirklich ein ganz, ganz großer Wurf. 38 mm am Durchmesser, 50 m Wasserdichtlichkeit, nicht erschrecken, es sind nämlich wahre 50 m Wasserdichtlichkeit, denn die Krone ist verschraubt. Ja, also das ist eine wirkliche Gewährleistung, dass man die Uhr tatsächlich bis, ja, ein bisschen, ich will nicht sagen härter rannehmen kann, aber dass die doch ein bisschen Wasser abkann, kein Problem. Dieses hellblaue, mattgekörnte Zifferblatt habe ich hier nochmal für euch in der Großaufnahme mit der roten Spitze in Kontrast vom Zeigerdatum. Unglaublich viel Leuchtmasse auf den Zahlen, auf den Skalen, auf den Zeigern, die übergroße Krone, die vertikale Bürstung auf den Hörnern und im Inneren das auf dem Kaliber 400 basierende Kaliber 473 mit, ja, fünf Tagen Gangreserve und einem Handaufzug. Sieht fantastisch aus. Gangreserveanzeige haben wir noch auf der Rückseite. Echt eine klasse Uhr und auch hier seht ihr auf dem Armband das Käfer-Logo und das ist das Logo von Cervo Volante und das ist ein schweizerischer Hersteller aus der italienischen Schweiz, seit einigen Jahren schon enger Partner von Oris, die aus, im Prinzip, Jagdabfällen, wenn man so möchte, nachhaltige Uhrenarmbänder herstellen, ja, das heißt, die kaufen Tierhäute ab, die von gejagten Tieren im Prinzip übrig geblieben sind und geben die in eine Gerberei und machen dann die Armbänder daraus. Alles quasi lokal produziert, nachhaltig erwirtschaftet, dadurch, dass es, ja, im Prinzip aus dem Forstbetrieb geschossene Tiere sind und hier nicht sichtbar, aber wir haben eine Schmetterlingsschließe mit Feinverstellung, sogar für diese Armbanduhr und ich zeige sie euch hier nochmal auf diesem Bild und, ja, 4200 Euro kostet das gute Stück und da würde mich eure Meinung interessieren, aber, ich habe schon gesehen, die Chatbox fliegt, das heißt, entsprechend habt ihr viel geschrieben und wir gucken mal, was ihr zu sagen habt. Muss ich ganz schön scrollen. Tiffany natürlich, schreibt der Hussi, ja, klar, habe ich auch zuerst dran gedacht, wobei ich schon sagen würde, es ist eher, es ist ein bisschen anders wahrscheinlich, es ist nicht dieses typische Türkis, es ist irgendwie schon doch ein bisschen mehr hellblau. Gut geworden, schöner Farbton, Babyblau, ein Traum vor allem das Werk, leider zu klein für mich, schreibt der Watch Stephen, ja, da kann man nichts machen, ähm, schöne Uhr, aber definitiv mindestens drei Millimeter zu klein. Ähm, mir hat bei der alten, der Pointerdance-Zeiger besser gefallen, der aktuelle hat mich eher an einen GMT-Zeiger, schreibt der Andreas. Ja, fairer Punkt, Uhr ist einer der besten Marken, oft unterschätzt, wollte mir die grüne Arkus holen, aber fand eine schwarze Lunette schöner. Ich hatte auch die Wahl, ob ich mir, ähm, die grüne hole, oder die blaue hole, und mir hat in, äh, live und in Farbe dann auch die blaue mir dazu gesagt. Toller Glasboden, finde ich auch, sieht sehr, sehr gut aus. Und, ähm, ja, der Volker schreit, die Ohre, sieht sehr vintage aus, das einmal passt perfekt dazu, das finde ich auch. Liebe Handaufzug, schreibt Susanne, schön, ja, finde ich auch, sieht sehr, sehr gut aus. Übrigens eine der, äh, Modifikationen, sag ich mal, ne, warum die Uhr aus der 400er Serie ist. Die klassische 400 hat ja, ähm, den Automatikaufzug und die Variante mit Zeigerdatum, ähm, und Handaufzug heißt dann entsprechend 473. So, tolle Uhr, bei der Pointerdate wäre ich eher bei der alten Bronze, Kaliber 400, gerne die Pro Palette X mit schönen Aprikose. Ähm, das ist, glaube ich, die Uhr, die der Flomp hat, ne, der Florian, und der hat sie neulich, äh, reviewt auf seinem Kanal. Auch eine verdammt geile Uhr und sehr interessantes Konzept von Ores auf jeden Fall. So, die Preise wurden dreimal innerhalb von zwölf Monaten erhöht, schreibt der Jean-Luc, klärt mich auf, ich weiß gerade gar nicht, worau, über welche Uhr, ähm, ihr sprecht. Ja, und, ähm, Miss Flashke reicht nach, JSC Polaris Crono, 2018 10.400 Euro am Stadion, aktuelle 14.400 Euro, ach so, es geht wahrscheinlich um Preiserhöhung. Sorry, da habe ich den Anschluss verpasst, hier eben, in der Chatbox, so schnell kann es gehen. Ja, also, ich muss sagen, ähm, nach drei Wochen Tragezeit meiner Ohre, ist die Marke mir noch viel, viel mehr sympathisch, also viel sympathischer geworden, als sie es ohnehin schon war, und, ähm, ich finde es richtig cool, was sie, ähm, ja, was sie machen, ähm, dass sie die komplette Nachhaltigkeitsschiene auch echt authentisch fahren, in meinen Augen, dass sie, äh, wirklich da viel Herzblut, viel Kreativität und viel Ideenreichtum reinstecken, und, ähm, ja, gerade hier mit, in dieser Kooperation mit Cervo Volante, dem Hersteller, der nachhaltigen Lederbänder, mit dem Schnellwechselsystem, es wird einfach an so viel gedacht, bei Ovis, dass ich halt, ich finde es richtig schwierig, klar, wenn man jetzt sagt, die Größe einer Uhr, äh, das ist natürlich ganz individuell, aber, wenn man rein objektiv die Uhren betrachtet, tue ich mich immer, immer schwerer damit, Punkte bei Ovis zu finden, die man kritisieren könnte, ehrlicherweise, die Umsetzung ihrer Ideen ist top, Erfinderreichtum ist top, die Kollektion ist super, gut aufgestellt, von allem was dabei, ähm, bleibt eigentlich kein Wunsch offen, tolles Marketing, stehen für sich, ähm, gehören keiner Gruppe an, sind total individuell, jetzt mit dem Inhouse-Kaliber der 400er Serie, ähm, auch nochmal einen absoluten Hit gelandet, und ich wüsste nicht, was man an Ovis nicht mögen könnte, nicht mögen sollte, und, ähm, ja, deswegen bin ich natürlich auch so ein klein bisschen voreingenommen, immer wenn Ovis released, aber, die wollte ich euch nicht vorenhalten, und ich habe auch gesehen, dass die im Internet echt verdammt gut weggekommen ist, diese Uhr, ähm, und, ja, es ist auch, wenn ich sie mir jetzt hier angucke, auf dem großen, auf dem großen Monitor, ähm, gefällt sie mir auch echt verdammt gut, ja, klasse, Leute, ich würde sagen, wenn ihr noch mehr Uhren auschecken möchtet, empfehle ich euch unbedingt, ganz, 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 ganz wichtig, alter.de, und dann in die Rubrik Magazin, in die Rubrik Sekundenstopp, checkt das unbedingt ab, denn dort findet ihr das komplette Archiv, mit allen Sekundenstopp-Ausgaben, die ich jemals geschrieben habe, akribisch archiviert, und in jedem Sekundenstopp gibt es Uhren, über die wir hier in der Sprechstunde nicht sprechen, einfach weil es zu viele sind, und, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, checkt unbedingt ab, ich teaser mal kurz, wir haben auch Mollvorstellungen von Vulcain, von Girard Perigo, nochmal von Zenit, und von Hublot, also wenn ihr da Interesse dran habt, checkt unbedingt vorbei, ähm, und guckt auf unsere Website, und jetzt würde ich sagen, bevor wir das ganze Ding hier zumachen, gibt es die zweite Runde Community Wrist Shots, denn ich habe noch weitere schöne Fotos von euch bekommen, und wir starten mit Ownwatch Photographs, mit seiner, äh, Zirkula an einem Milanese Armband, auch etwas sehr, sehr eigenes, und sehr, sehr anderes, ich persönlich stehe auch, er schreibt das auch, aber ich persönlich stehe auch auf Diver, am Milanese Armband, sieht sehr, sehr gut aus, ich weiß, dass der Watch Tommy momentan seine, ähm, S&P 300 auch an einem Milanese Band trägt, sieht sehr, sehr gut aus, die Uhr macht sich daran verdammt gut, und, äh, ja, Zirkula scheint ja eine Marke zu sein, die jetzt gerade echt so ein bisschen Aufwind bekommt, denn ich sehe sie vermehrt an euren Handgelenken, ähm, für mich fast das Foto des Abends, muss ich sagen, ähm, Watchography mit seiner Seiko, oder seiner Grand Seiko SBGX 33.9, wunderschöne Kontraste, ähm, ich finde, das, das Bild sieht so unfassbar stimmig aus, schön arrangiert, knallig, und, ähm, ja, die, äh, die Grand Seiko Diver so brachial wie eh und je, und ein letztes, und mindestens genauso farbenfrohes Foto aus dem Schnee, ähm, aus Fischenich, das ist ja ganz bei mir in der Nähe, der Urbiker mit seiner Tarkoya Aqua Racer in knalligem Orange. Richtig cooles Ding, danke fürs Mitmachen, und ich kann nach wie vor nochmal sagen, wenn auch ihr möchtet, dass ich eure Uhren hier in der Alther Sprechstunde zeige, dann unbedingt auf Instagram den Hashtag Alther Weekend Wrist Shop benutzen, severing.gieswein und alther.de könnt ihr mir eure Fotos schicken, wenn ihr kein Instagram benutzen könnt, benutzen wollt, oder schlichtweg keinen Account habt, ähm, bin ich auch immer sehr empfänglich für, ich kriege sehr, sehr viele Bilder auch per E-Mail, dieses Mal waren nicht so viele dabei, die letzte Sprechstunde, dafür zum Beispiel umso mehr, und, ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir das ganze Ding hier rund, liebe Leute, ich, ähm, bedanke mich dafür, dass ihr heute hier alle wieder so fleißig vertreten wart, das hat mir eine Menge Spaß gemacht, und ich hab, ähm, ja, ich hab jedes Mal Bock darauf, mit euch hier zu quatschen, in Kontakt zu treten, und ich würde sagen, ähm, ich verbleib mit den besten Grüßen, den besten Wünschen für euch, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, und ich würde sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, und wir sind live, und es in die nächste Runde geht, für die alte Sprechstunde, Leute, bleibt wie ihr seid, macht's gut bis dahin, euer Severin, ciao, ciao. Ciao.